Sie setzen Rauch ein! Warngranate werfen! Sicher! Scheiße, die Bastarde haben sie alle... Konzentration! Wir können jetzt nichts mehr versieren! Mitchell, mach das Tor auf! Nicht feuern! Blau! Blau! Identifizieren! Atlas PMC, Rettungseinheit! Wir transportieren ein Ziel! Wie ist das Wetter im Süden? Ein echter Albtraum! Der östliche Tunnel ist die bessere Wahl! Verstanden! Viel Glück! Also los! Mir nach! Atlas! Will, ist das nicht der Laden deines Vaters? Yep! Die haben die beste Ausrüstung, das beste Gehalt. Wieso bist du nie eingestiegen? Wollte man nicht... Nicht meinem Halten! Hunter! Da kommen noch mehr! Hunter! 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 Will, ist das nicht der Laden deines Vaters? Yep! Sie haben die beste Ausrüstung, das beste Gehalt. Wieso bist du nie eingestiegen? Wollte man im Land ziehen? Hunter! 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 Ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. Da kommen noch mehr! Bein! Werfe Granate! Mädchen, ich geb dir eine Eko! Da sind sie weg! Sie sind! Sie sind! Sie haben mich! Sie sind! Sie sind! Sie sind! Sie sind! Achtung! Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Sprengteam 1, bitte komm! Wir müssen weiter! Wir müssen weiter! Wir müssen das Sprengteam finden. Mitchell, hier rüber. Hier ist der Havoc-Werfer. Das Sprengteam sollte in der Nähe sein. Hier drüben! Scheiße. Sie sind tot. Okay, okay. Ich sehe Ihre Sprengsätze. Wir können das noch durchziehen. Sir, wir sind kein Sprengteam. Sind wir nicht. Aber wenn wir auf ein anderes Sprengteam warten, geht dieser Werfer in Position. Ich hole die Ladungen. Gib mir Deckung. Bist du sicher, Will? Ja, ich schaffe das. Okay. Mitchell, du gehst mit eins. Nimm diese Drohnenausrüstung. Wir decken dich. Legen wir los! Kontakt! bajo! Allein!